Shanti Pradasana ist die friedensspendende Stellung, eine andere Bezeichnung für die Tiefenentspannung. Wir nennen ja oft die Tiefenentspannungshaltung Shavasana, das ist dann die Totenstellung. Eigentlich ein schönerer Name ist Shanti Pradasana, die friedensspendende Stellung. Angelina, Yoga-Lehrerin und Sevakaba-Yoga-Vityabhad-Meinberg zeigt, wie es geht. Lege dich auf den Rücken, die Beine etwa 50 bis 70 Zentimeter weit auseinander, Zehenspitzen fallen locker nach außen. Die Arme neben den Körper oder 10 bis 30 Zentimeter vom Körper weg, Handflächen zeigen dabei nach oben, Schultern weg von den Ohren und Nacken lang. Haltet dabei die Lippen entspannt, die Kiefergelenke entspannt, die Lippen berühren sich, aber die Zähne von unteren Oberkiefern berühren sich nicht. Und so bist du jetzt in Shanti Pradasana, die friedensspendende Stellung, in der du jetzt die Tiefenentspannung üben kannst. Mehr zur Tiefenentspannung findest du auf unseren Internetseiten yoga-vidya.de, Stichwort Tiefenentspannung. Und wenn du noch alternative Entspannungspositionen suchst, dann gehe auf die gleiche Internetseite oder auf die Yoga-Vitya-App und suche nach Entspannungslage oder Shavasana. Denn nicht für alle ist diese Stellung optimal entspannend. Manche haben besser Kissen unter den Knien oder auch eine gefaltete Decke unter dem Hinterkopf. Manche lieben es mehr, die Füße aufzustellen und so weiter. Aber Shanti Pradasana ist zunächst einmal diese Stellung, in der du tiefen Frieden, Ruhe und Entspannung genießen kannst.